Sie hören Space Opera von Catherine M. Valenti, aus dem Amerikanischen von Kirsten Borchardt, gelesen von Simon Jäger, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Erde It's the apocalypse, now bear your soul. Hardrock hallelujah, lordy. 1. Boom, Bang, Boom Auf einem kleinen, wasserreichen, leicht erregbaren Planeten namens Erde, in einem kleinen, wasserreichen, leicht erregbaren Land namens Italien, lebte einmal ein sanftmütiger, recht gut aussehender Gentleman namens Enrico Fermi, der in eine so überbehütende Familie hineingeboren worden war, dass er sich bemüßigt sah, die Atombombe zu erfinden. Fermi widmete sich der Entdeckung verschiedener, bisher als äußerst ungesellig verschriener Teilchen wie dem Plutonium, da er ganz unten in der atomaren Pralinenschachtel die leckersten Happen vermutete. Nebenbei fand er die Zeit, über etwas nachzudenken, was als das Fermi-Paradoxon in die Geschichte einging. Für den Fall, dass ihr diesem Gedankenspiel hier zum ersten Mal begegnet, sei es kurz erklärt. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass es in der Galaxis Milliarden von Sterne gibt, die unserer guten, alten, vertrauten und jeden Tag ihren Dienst tuenden Sonne gleichen, und dass einige davon ein paar Runden mehr gedreht haben als die große gelbe Lady, und dass ein paar dieser Sterne Planeten haben, die unserem guten, alten, vertrauten Wasserloch Erde gleichen, und dass, wenn auf diesem Planeten Leben möglich sein sollte, höchstwahrscheinlich irgendwann auch welches entsteht, dann müsste da draußen doch schon irgendjemand interstellare Reisemöglichkeiten erfunden haben, und das wiederum legt nahe, dass es, selbst wenn man diese Reisen mit der Schnarch langsamen Raketenantriebskraft aus den 1940er Jahren anträte, nur ein paar Millionen Jahre dauern dürfte, bis die ganze Milchstraße von den unterschiedlichsten Lebensformen besiedelt ist. Also, wo sind sie denn alle? Auf diese Frage, die Signore Fermi in seiner transgalaktischen Einsamkeit sehnsüchtig in den weiten Raum hinausrief, überlegte man sich verschiedene Antworten. Zu den beliebtesten gehört die Rare-Earth-Hypothese, die freundlich flüstert, ganz ruhig, kleiner Enrico. Organisches Leben ist so komplex, dass selbst die einfachsten Algen ein unüberschaubares Maß an spezifischen Bedingungen benötigen, um sich auch nur zur simpelsten Ursuppe zusammenzufinden. Es geht nicht nur um planetare Gesteinsbrocken für Mineralienfans. Man braucht außerdem eine Magnetosphäre, einen Mond, aber nicht zu viele, ein paar Gasriesen zur Schwerkraftkontrolle, ein paar Van Allen-Gürtel, eine ordentliche Portion Meteoro und Gletscher und Plattentektonik. Und selbst dann hat man ja noch nicht mal eine Atmosphäre oder Stickstoff im Boden oder ein, zwei, drei Ozeane. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich jedes einzelne der vielen Trilliarden Ereignisse, die auf der Erde zur Entstehung von Leben geführt haben, woanders noch einmal genauso vollzieht. Es war alles nur ein glücklicher Zufall, Schätzchen. Nenn es Schicksal, falls du romantisch veranlagt bist. Oder Glück oder Gott. Genieße den Kaffee in Italien, die Würstchen in Chicago und das ausgetrocknete Schinkensandwich im Los Alamos National Laboratory, denn besser wird es nicht. Mehr haben wir als hochentwickelte Luxuslebensform nicht zu erwarten. Die Rare-Earth-Hypothese ist zwar gut gemeint, aber sie ist leider fürchterlich spektakulär haarsträubend falsch. Das Leben ist nicht selten. Es ist auch nicht wählerisch oder einzigartig. Und Schicksal hat mit der ganzen Schose schon mal gar nichts zu tun. Um unser kleines, organisches Mini-Go-Kart in Bewegung zu bringen, reicht es, es einfach einen Abhang hinunterzuschubsen und dabei zuzusehen, wie der Motor anspringt. Das Leben will passieren. Es erträgt es gar nicht, nicht zu passieren. Die Evolution steht überall in den Startlöchern und hüpft von einem Bein aufs andere, wie ein Kind in der Warteschlange vor der Achterbahn, das sich so doll auf die bunten Lichter, die laute Musik und die Loopings freut, dass es sich beinahe in die Hosen pinkelt. Und das Beste, die Fahrt ist fast umsonst. Bewohnbare Planeten, freie Auswahl zum kleinen Preis. Und zu jeder Weltkugel kriegst du noch Flora und Fauna obendrauf. Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasser, Stickstoff, super Preise, alles muss raus, greift zu. Die intelligenten Spezies erscheinen dann quasi über Nacht, haben ruckzuck eine industrielle Zivilisation entwickelt und reiten so lange die Ultrazyklonkrake, bis sie sich entweder totgekotzt haben oder Fluchtgeschwindigkeit erreichen und in ihren kleinen bemalten Plastiksesseln hinaus in die unendlichen Weiten.